Hallo und herzlich willkommen zurück bei Nier Automata. Das letzte mal waren wir hier und haben gespeichert. Wir gehen hier mal eine Nebenmission holen. Die sollte hier sein, irgendwo. Ja, hier. Hier haben wir sie bei der Kommandantin. Hören wir uns an, was sie zu sagen hat. In der Tat gibt es da etwas, um das ich Sie bitten möchte. Wir brauchen Ihre Hilfe bei der Verbesserung der Netzwerkumgebung zwischen Bunker und Oberfläche. Sobald das erledigt ist, können wir unsere Operation noch effizienter ausführen. Zuerst müssen Sie die benötigten Materialen zur Anführung des Widerstandslagers bringen. Ein Operator wird Ihnen erläutern, wie sie an die Materialien kommen, sobald sie gelandet sind. Ja, Kommandantin. So, dann hoch mit uns. Ich spiele jetzt kein Overwatch. So, rein hier. Denn hier haben wir auch noch eine Mission, eine Nebenquest, besser gesagt. Ja, hier. 2b? Bist du das? Ja, aber... Gott sei Dank. Mein Name ist 16d. Meine Ausbilderin 11b war beim Sturm auf die Verlassene Fabrik in deinem Team. Ich nehme nicht an, dass sie... Sie Wuche werden des Kampfes abgeschossen. Ich... Ich verstehe. Meine Schande. Sie war die beste Mentorin, die ich mir hätte wünschen können. Sie war so stark und bewundernswert. Was ist mit ihr vom Körper geschehen? Ich weiss es nicht. Ich weiss, es steht mir nicht zu, dich dies zu fragen. Aber... Nun, wenn du von ihr etwas findest, solltest, würde es dir etwas ausmachen, es mir zu bringen. Und dieser Satz war gerade so scheiße. Das hat keine Priorität oder so. Nur wenn du Zeit haben solltest. Wieso nicht? Ich werde die Augen offen halten. Vielen Dank. Pott haben wir Informationen über 11b Blackbox. Negativ. 11b Blackbox ist noch nicht geborgen worden. Sie wurde in der Nähe der Verlassene Fabrik abgeschossen. Richtig. Erinnerung an 11b. Ja. Okay, ich glaube, da haben wir alle Nebemissionen hier. Ähm... Und ich mache hier einen kurzen Cut, denn ich muss etwas anstellen. Mitteilungen... Sööö, weiter geht's? ja wir müssen dorthin transport widerstandslager das passiert immer beim laden wird alles so gefährlich sieht noch geil aus so geht das noch geht dies noch geht jenes noch blablabla das wirklich noch ganz geil gemacht hier körper nah zu bieten und fortfahren und reparieren Verbesserung für die Kommunikation hier ist doch einer und zack adios amigo nice nice weiter geht's Kupfererze erhalten nach krass man glaube im Moment sind wir ziemlich stark fand ich ziemlich nice nach oben sind sie wahrscheinlich alles einsammeln gold ist wichtig für Verbesserung und Upgrades dort ist ein Hirsch Verbesserung der Kommunikation und rein mit uns und knocken wir alle weg zuerst alle anlocken zack 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 oh oh keine gute Idee okay Stufe 9 Operator 6 0 Super aber hier haben wir noch was denn das hier möchte ich gerne diesen Punkt nice können wir hier speichern schnelles speichern und jetzt haben wir die Kartendaten und hier war doch vorhin was hier war doch was ja habe ich mir vielleicht auch mal eingewildert so wir gehen weiter zum nächsten Punkt zum nächsten Mission ist glaube ich auch mal neben Quest oder so schauen wir mal auf der Karte nach mal rauszoomen ja hier ich finde es doch geil dass so 3D hergestellt wurde okay dorthin gehen wir jetzt irgendwo hier muss irgendetwas sein sehr wahrscheinlich Erinnerung an 11b oder so ähm die andere Quest die wir angenommen haben die neben Quest machen wir das das einfach mein Schaden kann es uns eh nicht zack 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 hopp hopp und weg mit dir Junge hier haben wir noch was Baumsaat erhalten zack 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 uuund schlitz 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 Junge Mann was möchtest du hä hä ich bin Chef Junge so hier hin müssen wir irgendwie kommen ok aber nicht hier durch dann gehen wir halt äh außen rum oh hier ist ne Leiche 6 Jahren SSP unterstrich 6 3 2 4 beten und fortfahren ähm wir bergen sie jetzt einfach dort haben wir noch 2 oh schön viel Gold erhalten und bloß noch diesen schönen Boost wir haben gebetet ok aber den Asiaten müssen wir bergen der hat zwar wahrscheinlich viel Gold 132 ja ok jetzt noch mal ich muss ihn auch bergen der hat sicher auch viel Gold Diana 7 von der 7 Deadly Sins ja das gab jetzt viel Cash also das das hat jetzt viel Cash gegeben das ist natürlich sehr nice für uns ähm doch jetzt wie kommen wir dort hin müssen wir über die Brücke kommen wir auf die Brücke ja wir kommen auf die Brücke Kupfererze halten so ja einmal Pflanzensaat ja auf der Brücke Baumsaat ja auf einer Brücke ok äh wir sind jetzt hier angekommen auf die andere Seite auf der andere Seite so jetzt gepeilt gepackt Kristalle erhalten was ist hier baby I don't know you flow zack geht mal aus der Sonne Karten immer in Formation freigeschaltet ich tue ich speichere immer schnell ab wenn ich so etwas habe aus dem Grund war das ich weiß ja nicht was als nächstes kommt wenn ich dann sterbe ja danke dann war alles ja eigentlich für die Katz oh schaut euch das an oh das ist jetzt meins gegenstand erhalten du hast eine Waffe erhalten Tugend da kann ja ja ähm mal schauen mal schauen Waffen Set 1 große Schwerter Tugend abkommen Tugend abkommen ja ja der macht schon ein bisschen mehr Schaden aber das sieht einfach geiler aus und es passt einfach optisch zusammen die Optik macht's auf so Auto Gegenstand plus 1 erhalten wow was ist denn da los war das mein Körper was zur Hölle habt ihr das gesehen das war ja übel Sinra wieder ein Japse ich muss den Berg Japse kinöse Asiate einfach wow wow das hat sich ja gelockt wow so Bernstein erhalten zum Glück können wir hier einfach durch ja wir gehen da hoch zack 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 ah das ist die Stelle vom Anfang die habt ihr verpasst weil es ja nicht aufgenommen hat beten und fortfahren wir bergen sie einfach immer jetzt im Moment möchte ich sie bergen ja hier war ein übler Fight hier kam alles von hier ja genau jetzt seht ihr es kam einfach nicht nicht diese sondern viele kleinen er k ah naja ok alle weg sehr nice so körper bergen sich hier halten lust als ich gehe körper bergen greck ach komm wir reparieren so weiter geht's so weiter geht's ja ist eigentlich kracht gut dass wir hier nochmal alles anfangen und tschüss hier noch ein körper ich kann nicht zeigen wir versuchen Stadtberge 20 Gold nochmal einer da war eine gleiche ne das ist der gleiche ok ja ich hoffe wir sind richtig ich denke es aber schon ihr seht die Kiste ist offen ähm ihr seht dass ich hier schon war das liegt ja daran dass ich da am Anfang war ich glaube diese Szene habt ihr wirklich verpasst was mir ziemlich leid tut aber leider ist das so hierhin muss ich so viel mir ist ok und hier bin ich anscheinend falsch schade schade egal wir haben die Erfahrung geholt wir haben das Gold geholt das ist ja eigentlich gut für uns davon kann man nie genug erhalten und hier liegen schon wieder liegt schon wieder eine Leiche können wir sie reparieren ne wir werden ja wir heilen uns ja auch damit also hier nochmal einer sehr nice 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 ah hopp oh ah nein ich dachte jetzt ist grad eine Leiche gespawnt aber hier ist da einer wieder leck sie hat es ja übers viel also holz ein lang anfassen zum Glück zum Glück hab ich bin ich noch nicht gestorben hier in der Schweiz hat man dann sagt man dann ähm holz anfassen also holz auch mal ok bin ich jetzt blöd hier gibt es ja nur diesen Weg so aha aktueller Standort und hierhin muss ich hierhin muss ich gehen geht das von draußen nee also es ist hier oben und mit ein paar Tricks komme ich auch nicht hoch also ich muss hoch gehen ne da war ich schon richtig ich muss da hoch so so ich gebe jetzt ein bisschen Vollgas das heißt ich werde jetzt auch keine Körper mehr bergen ich werde eigentlich versuchen ich werde eigentlich versuchen ich könnte nicht drüber springen Zack. Und weiter geht's. Zack. Hopp 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 hopp. Hoch mit uns. immer schön sprinten, my lady ok, und hat es irgendwo eine Tür ja, dort hat es eine Tür ich bin so ein Idiot es tut mir so leid, Leute es tut mir so leid ja, hier habe ich eine Kiste geholt hier waren drei, vier, die gespawnt waren jetzt natürlich mehr so, sehr nice danke jo 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 gut das möchte ich nämlich und das möchte ich auch das war physisch irgendwann möchte ich das auch machen können vielleicht gibt es ja das Hacker-Programm für unsere Android ah, falscher Knopf gedrückt da war, da war da, da... so sah es etwa auch aus als ich hier durchging. Da war, glaube ich, wirklich Schluss bei euch. Bin mir gar nicht mehr so sicher. Obwohl es erst gestern war. Oh. So. Jetzt sind wir richtig, ne? Ich bin so ein voll. Trottel. Voila. Hier rein. Einfach darum, dass das Kind zu Hause von Metallschrott beten und fortfahren. Du hast für Jose. Oh, Jose. Du hast nämlich mit, Jose. Ah, was? So, 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 so. Ja, hier muss ich ein bisschen ausweichen. Wegen euch Jockels. So, zuerst mal das holen, das wieder dies bohren kann. Ja, und jetzt. Hier, hostiger Klumpen. Hier, Verbesserung mit Kommunikation. Hostiger Klumpen. So. Und Körper vom Jose. Bitte. Habe ich die meiste hier gestorben? Ja, jetzt muss ich dich bergen, Junge. Denn als Freund habe ich dich schon. 200 Gold. Oh, ho, 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 ho. Oh, die Kiste möchte ich. Und zack. Geh weg, Android. Jose. Ah, okay. Alles, was wir erhalten, ist umso besser für uns. So, die Kiste möchte ich haben. Kleine Erholung erhalten. Komm, 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 komm. Ja, ja, ja. Ja, noch alles erhalten. Oh, ho, ho, ho. Oh, hier habe ich auch noch. Ziemlich nice. Habt ihr die dort unten gesehen? Okay. Dann beginnen wir. Zack. Da, 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 da. Oh, next. Da, 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 da. Zum Glück ist das noch so präsent bei mir. Denn hier kommt noch einer. Also, das sieht man zwar auch. Aber es war ja, wie gesagt, erst gestern. Also, es ist ziemlich präsent bei mir, was jetzt genau geschieht und so, wodurch. Hier kommt noch zwei, drei. Und das war's auch für dich. Und das war's auch für dich. Auf dem richtigen Weg. Ich dachte schon, nee, habe ich es übersehen, aber ich muss ja ganz zurück. Nee, das andere habt ihr ja alles gesehen. Das, ab, ab hier zurück habt ihr nichts mehr gesehen. Denn wie ich den niedergeschmettert habe, habt ihr ja gesehen. Okay. Okay. Nehmen wir es mal. Verstrickene Zeit. 2 Minuten 13. Reaktivierung abgeschlossen. Die Beprüfung meines Körpers weist verschiedene Fehler auf. Die Kommunikationsfunktionen sind zerstört. Ich kann weder mein Team noch den Bunker kontaktieren. Ich werde einen Entwurf dieser Nachricht als Protokoll zurücklassen. Verstrickene Zeit. 10 Minuten und 13 Sekunden. Oder 10 Stunden und 13 Minuten. Ich weiß nicht. Ich überprüfe meinen Plan noch einmal. Ich nutze meine angebliche Zerstörung in diesem Einsatz als Tarnung und trenne jegliche Kommunikation. Ich gehe dann unterhalb der verlassenen Fabrik durch und fliehe. Nach weiteren Analysen stelle ich fest, dass ich in meinen Flugeinheit von Flugabwehrfeuer getroffen wurde, wodurch mein Körper Schaden erlitten hat. Doch kein Problem. Er kann repariert werden. Verstrickene Zeit. Verstrickene Zeit. 15 Minuten und 29 Minuten. Mir ist kalt. Meine sensorischen Systeme scheinen zu versagen. 33, 12. Bildfehler bedecken meine Sicht. Es treten häufig Viruswarnungen auf. Es ist nicht sicher, ob ich infiziert bin oder das System fehlerhaft ist. 33, 21. Die Reparaturen gehen langsam voran, vielleicht weil ich durcheinander bin. Verfolger werden kommen, wenn ich mich nicht bald auf den Weg mache. War meine Flucht ein Fehler? 33, 31. Ich habe Angst. Ich will zurück zum Bunker. Aber ich kann meine Kommunikation nicht wiederherstellen. 38, 0. So kann das nicht weitergehen. Ich kann ja nicht bleiben. Ich muss weg. Die Ora Schwadron hatte Unrecht. Ich muss an einen sicheren Ort. Ich habe Angst. 45. Schmerzen. Sie tun weh. Hilfe. Warum? Warum aufhören? Wenn bin... Wer bin ich? Falsch, falsch, falsch. Ich muss weg. Sie war planen, um AWOL zu gehen. Verstückung der Regulatoren getestetet. Aber wegen der Tod der Unitung in Frage. Verstückung ist unmöglich. Ich werde diese Weapon zurück auf 16D in Bunker bringen. Untertitelung des ZDF, 2020